Starseeds? Was sind Starseeds? Und was sind Starseed-Familien? Nun, vielleicht hast du schon von diesem Begriff gehört oder vielleicht ist er dir ganz neu, aber wenn du dieses Video gefunden hast und dir ansiehst, gehe ich stark davon aus, dass auch du eine Starseed bist. Dann hat das Gesetz der Resonanz gewirkt und dann möchte ich dich zu der Webinarreihe einladen, die ich gemeinsam mit Dr. Carmen Mesko veranstalten werde. Es ist eine Webinarreihe, bei der du unentgeltlich teilnehmen kannst. Du kannst dich über den Link, den du unterhalb von diesem Video findest, anmelden und ich freue mich sehr, wenn wir uns dort wiedersehen. Auch ich persönlich freue mich sehr auf diese Webinarreihe, weil auch ich sehr vieles lernen werde oder sagen wir vielleicht besser, weil ich mich an vieles erinnern werde, was ich tief in meinem Inneren weiß, denn meine Seele hat mich zu Carmen geführt. Es gibt ja auch mein Interview mit ihr und mein Reading. Auch diese beiden werde ich unterhalb von diesem Video verlinken. Also sei dabei, lass dein Bewusstsein erweitern. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf dich.